War dein Neujahrsvorsatz für 2023 vielleicht auch, ich möchte weniger Geld ausgeben, ich möchte bewusster einkaufen oder auch bewusster konsumieren, dann habe ich hier einen kleinen Tipp für dich und zwar unsere Refurbished Produkte. Mein Name ist Svenja Trompeter und ich bin zuständig bei der Firma Herweg für das Thema Refurbished. Um dich mal kurz abzuholen, habe ich dir hier im Hintergrund einen kleinen Werk aufgebaut mit den vier Hauptaspekten des Refurbishments, zwar einmal CO2, Ressourcen, Geld und Müll. Um dir mal kurz das Thema zu CO2 zu erklären, du kannst eine Menge CO2 einsparen, wenn du dir ein refurbisches Gerät kaufst. Vielleicht fragst du dich wieso. Refurbished Geräte haben einen kürzeren Transportweg, da wir als Firma Herweg zum Beispiel nur in Deutschland unsere Geräte beziehen oder in direkten Nachbarländern. Dein Gerät muss nämlich nicht zuerst neu gebaut werden, sondern es werden einfach defekte Teile ausgetauscht, was natürlich den CO2-Fußabdruck auch erheblich mindern kann. Bei Refurbished Geräten ist es nämlich so, dass defekte Teile ganz einfach durch Alternativersatzteile ausgetauscht werden können und somit kannst du deinen CO2-Fußabdruck minimieren. Als nächstes habe ich das Thema Ressourcen für euch mitgebracht. Ressourcen ist beim Thema Refurbishment sehr wichtig oder auch sehr aktuell, da es bei Refurbished Geräten so ist, dass nur defekte Teile ausgetauscht werden. Durch die Alternativersatzteile können nämlich auch die Kosten gesenkt werden. Bei der Firma Herweg werden nur Refurbished Geräte mit dem Zustand Crate A angeboten, was bedeutet, dass nur minimale Gebrauchsspuren auf deinem Cover oder auf deinem Display zu sehen sind. Wenn du eine Folie benutzt oder einfach eine Hülle benutzt, siehst du die Kratzer schon gar nicht mehr. Das heißt, du machst eigentlich gar keine Abstriche. Refurbished Geräte sind auch schon für den kleinen Geldbeutel zu haben. Denn dadurch, dass Alternativersatzteile verwendet werden können und keine Originalersatzteile, kannst du jede Menge Geld sparen. Der Secondhand Part spielt natürlich hier auch eine große Rolle, denn Zeitwert ist auch Geld. Du kannst dich also getrost auf dein neues gebrauchtes Handy freuen, ohne dass dein Geldbeutel darunter leiden muss. Als letzten Punkt habe ich für dich den Punkt Müll mitgebracht. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie viel Elektroschrott im Jahr anfällt? Das kannst du minimieren, indem du dir ein refurbishedes Handy zulegst. Denn meistens können Geräte, die ausrangiert worden sind, nur weil sie nicht mehr innen sind oder nicht mehr die neuesten Funktionen haben, trotzdem noch prima genutzt werden. Und damit du unsere Refurbished Produkte auch immer wiederfinden kannst, haben wir sie für dich mit unserem Herweg Refurbishment Logo ausgestattet. Außerdem haben wir in unserem Online-Shop eine neue Produktlounge für dich eingerichtet. Und wenn du noch Fragen hast, wende dich gerne an unseren Vertrieb.